Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2 für den PC. Im letzten Part sind wir hier im Vorhof dieser, ich glaube es war eine Kirche oder sowas angekommen. Jedenfalls ist hier ein sogenannter Unterdrücker und dieser Unterdrücker ist für diese komischen Laserstrahlen verantwortlich, die die ganze Zeit hier runter rieseln. Und das ist doof, deswegen wollen wir in dieses große Gebäude rein und das Ding ausschalten. Okay, ja, ja. Ich will nur kurz, so, Muni haben. So. Hi. Ja, folgt mir ruhig. Kein Ding. Ah, noch mehr Muni. Schön. Das sollten wir angleichen. Schön, schön, schön. Okay. Ah, Moment. Hier geht's lang. Hier haben wir eine Tür. Wunderbar. Okay. An sich einfach hier schnell rüber. Natürlich ist das nicht so einfach. Oh shit. Hier ist ein Medikit. Dankeschön. Für die Menschheit. Aua. Ah, das tut doch weh. Mann. Sie blöden Laser. Ich hab dich an der Funktion begonnen. Sie suchen den Tod. Sie stürzen die Menschheit ins Nichts. Sechzehn. Komm, nein! Komm, nein! Komm, nein! Hilfe! In der Zeit scheinen Sie selbst meiner Wenigkeit zu missbrauchen. Das ist der Dank für wangen Dienst an der Menschheit. Oh! Weg mit den Combine. Hier bin ich auf jeden Fall erstmal vor dem... Scheiß Laser sicher. so die frage ist jetzt wo muss ich hin mach hier mal ganz kurzen speicherpunkt so hier noch etwas zu sehen schießen aus irgendwelchen gründen da nach oben warum auch immer okay so na bitte voll geheilt und wir sind drin schön sehr schön das gefällt mir okay haben wir alles voll das haben auch alles voll gut so ich würde mal sagen schmeißt da mal eine granate drin oder auch nicht moment habe ich hier irgendetwas nicht mehr du hast den anzug also kümmere dich um sie ich erledige das mit der konsole türme wo sind türme what moment was passiert das sollte genügend okay so jetzt okay ich kann sogar tatsächlich rollen ich verstehe ich verstehe was das spiel von mir will du landung schiffen sie kommen über das dach ja 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 gut gut das war irgendwo das war irgendwo klar laden wir neu gut sie kommen über das dach wenn wir durch die schilder wollen müssen wir die generatoren einzeln ausschalten ich habe auf jeden fall verstanden was hier von mir gewollt ist für mich grüß nein die will ich die will ich denn vel Aber die kriege ich hier gerade mehr muni Lass uns hier raus! Ihr steht mir im Weg, merkt ihr das nicht? Meine Fresse, ey! So! So! Okay! Mensch! Wir müssen drei Generatoren ausschalten! Ja, ja! Hey, da ist der Eli's Gravitron! Versuch doch mal, ob du vielleicht die Schilder damit etwas durchschütteln kannst! Okay! Nur noch zwei Generatoren! Ja, stimmt wohl! Nur noch zwei! Überwachung auf dem Dach! Genau da wollen wir hin! Okay! So! Ups! Naja! Lass mich hier erstmal das Zeug mitnehmen, was ich hier finden kann! So! So! Jeder hat das mit dir zusammen! Gut! Gut! Habe ich schon mal gesagt, hier steht mir im Weg? Nein! Hier steht mir im Weg! Oh! 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 Gut! Weiter! Weiter! Weiter im Text! So! Es geht da lang! und es gibt hier lang die man zu wobei moment das medikett dankeschön der andere weg sieht mir optional aus dann gehe ich erst mal hier lang ja so mal schauen schön okay da sollte ich nicht durch das doch schon mal ein guter hinweis hier ist ein medikett okay ihr seid hier scheinbar moment so ich gehe hier hin das habe ich gerade genutzt um mal meine sprungweite zu testen das heißt aber ich komme hier auf jeden fall durch so dann hier rüber ja ja komm geh mal weg da so hier unten durch dann kommen wir hier lang aber nicht wirklich weit das war ein bisschen knapp aber es hat funktioniert und solange es funktioniert ist alles in ordnung das ist meine meinung dazu hallo danke so gut dann schalten wir das mal ab und können dann hier durch das war noch ein generator übrig das war nummer zwei sehr schön die will ich gut dann war das also tatsächlich nicht optional sondern ich musste hier durch na gut ja ja jetzt gehen wir auf den weg damit ich mich um die kommentieren kann keine feste so darf ich dann weiter danke ok natürlich muss ich das von der anderen seite aus machen so mal gucken wie komme ich denn an die andere seite ran von da aus oder von hier aus ok von hier aus nicht oder ja da kommt das gar nicht schon leider nicht durch was quatsch ist aber gut wo sind die das ist mir egal ja danke und jetzt lasst mich durch man ich glaube das wird der häufigste satz dieses parts lasst mich durch man 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 das gefällt mir gar nicht ziel ist relativ na kommt hier tja die kugel kommt hier schon mal nicht durch ich bin nicht so der typ für das fallen stellen ich bin nicht so der typ für das fallen stellen das hat nicht in dem rahmen funktioniert es funktionieren sollte aber die türen sind offen besser nachladen aber stimmt wohl moment so gut jetzt habe ich auch die muni die ich noch haben wollte perfekt ich wollte nur gucken wo die türme sind weil ich nicht sehen konnte jetzt sehe ich sehr schön sehr schön der erste turm ist schon ausgeschaltet der zweite jetzt auch ich glaube ich habe das spiel gerade nicht mehr reagiert deswegen hatte ich jetzt gerade das gefühl dass wir abgeschmiert aber tatsächlich nicht das erledigt auch den unterdrücker auf dem dach so nix wir auch aufs dach jetzt ja gleich so jetzt können wir gerne gut die frage ist wie kommen wir aufs dach ich habe keine ahnung ich weiß doch nicht wie ich zum dach komme ich gehe dann schon mal nicht hier geht es nur runter runter ist falsch das dach ist generell erst mal oben so tja wahrscheinlich muss ich hier irgendwo lang so komm weg mit dir weg mit dir weg mit dir so äh was macht ihr leute man passt doch mal ein bisschen auf dir nach ist klar wenn ich dir folge dann bin ich irgend so eine bombe rein habe ich mal voll kein bock drauf von daher werde ich definitiv nicht dir nach also so absolut nicht dort ist das tor muss es nur schnell aufmachen ok ja dann mach mach hinemann ich bleibe hier und halte diese tore so lange offen wie nötig ok mach das und bring die brücke rüber wir brauchen nach möglichkeit verstärkung von überall her wenn noch mehr bürger durchkommen schicke ich sie zu dir raum wir sehen uns demnächst dann macht das ja ja wir sehen uns demnächst dann so uebs sind da um irgendwelche kombine die mich nerven wollen das tut mir aber leid was hast du da gesehen was auch immer ok neues gebiet sehr schön sehr sehr schön so so na da war noch einer die sind teilweise echt schlecht zu erkennen moment ich werde mal hier die kisten noch öffnen war ein bisschen nettes zeug drin hat sich gelohnt geile mücke und wir haben hier schon wieder einen heli oder sogar zwei ok der hat getroffen der zweite auch perfekt der dritte auch sehr schön jetzt bräuchte ich nur noch eine weitere rakete dann könnte ich das ding vom himmel holen ich glaube es gibt hier keine raketen und das ist ein problem denn ich glaube ich kann nichts anderes dafür nutzen doch gibt hier noch raketen ja bitte so ok der ist weg sehr schön dich hatte ich hier tatsächlich nicht gesehen aber es freut mich sehr dass die raketenkiste dort war ok noch mal ein bisschen heilung das ding hatte ich schon voll aufgebraucht gut wo muss ich jetzt hin ok von da wird geschossen gut dann werde ich doch mal gucken ob ich dort heißes eisen rüberkriege ja kriege ich sehr schön so und so und mal so nicht ups das wollte ich hä jetzt blöd oder was ich weiß gerade nicht wie ich da hinkomme Moment so nee da komme ich nicht hoch hä ich bin mir ziemlich sicher dass ich darüber soll ich weiß noch nicht wie schön komm beim wissens aber scheinbar ok aaaah ja wir haben hier die tür geöffnet ja denn der geöffneten tür ist das natürlich alles gar kein problem da komme ich dann noch hier rüber ich bin mir von ich bin mir von da ich bin mir von alle hier fast auf einmal ausgeschaltet so jetzt brauche ich aber ein bisschen heilung das hat mich jetzt ein bisschen hp gekostet aber ansonsten lief das ganz gut finde ich so schauen wir doch mal okay hier sollen wir runter wie verstehe ich und dann sind wir auch gleich in einem neuen gebiet ok bevor jetzt aber in dem gebiet irgendwas passiert bin gehe ich denn die folge ist vorbei wir machen hier beim nächsten mal weiter ich danke euch fürs zu sehen ich hoffe ihr hattet spaß ich würde mich sehr über feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin